Hi, ich grüße euch. Recht lang ist es her, dass ich hier auf YouTube etwas von mir hören habe lassen. Jetzt zurück, back in black sozusagen. Heute starten wir daher auch gleich mit einem meiner Meinung nach sehr wichtigen Thema, nämlich wie wir notwendige Änderungen an den Märkten beeinflussen könnten. Es geht heute um die von der SEC vorgeschlagene Regeländerung zur Offenlegung von Short-Positionen. Jetzt gibt es aktuell nochmal für einen kurzen Zeitraum die Chance, durch Einreichung von Kommentaren für Änderungen zu sorgen, für positive Änderungen. Und das alles per Vordruck, ohne viel persönlichen Aufwand. Das schauen wir uns heute erst im Megaschnelldurchgang an und danach gehen wir noch etwas auf die Details ein. Eigentlich stellt sich also die Frage gar nicht mehr, wer jetzt etwas tun muss, denn jeden Tag lesen wir in den Social-Media-Kanälen die Beschwerden über Marktmanipulationen und über Intransparenz an den Märkten. Die sind definitiv gerechtfertigt. Man liest auch Hass-Tiraden über die Untätigkeit der SEC und die vermeintliche Inkompetenz von Gary Gensler. Und entweder können wir das Spiel jetzt noch Jahre so weiter treiben und in dieser Lethargie uns weiter befinden oder wir kommen endlich mal aus dem Quark und erkennen, dass wir diejenigen sind, die etwas ändern müssen. Weil wir haben nahezu keine oder nur wenige Fürsprecher. Wir müssen also selbst alles in unserer Macht Stehende tun, um solche Änderungen voranzutreiben oder zumindest positiv zu beeinflussen. Wir können uns da nicht auf andere verlassen oder aufs Schicksal hoffen. Wir müssen erkennen, wir müssen aktiv werden. Und ich hoffe, dass dieses Video wenigstens einen kleinen Teil dazu beiträgt, einfach nochmal vielleicht ein paar Kommentare bei der SEC einzureichen. Und da gibt es ausnahmsweise diesmal auch aktiv den Aufruf. Bitte teilt das Video, bitte teilt die Informationen aus dem Video noch viel wichtiger und verbreitet den Aufruf von WeTheInvestors. Wir haben leider nur noch wenige Tage Zeit, um diese Kommentare einzureichen. Ich weiß leider nicht das genaue Datum. Ich bin mir nicht sicher, ob es der 26. Oktober ist, an dem die Deadline sich dann entsprechend schließt. Liked und kommentiert dieses Video und zeigt gerne in der Kommentarfunktion, dass ihr euren Teil dazu beitragt, etwas ändern wollt und hoffentlich dann eben auch diese Kommentare mit eingereicht habt. Vielen Dank schon mal. Dass wir wirklich möglichst viele Leute abholen, die ganz schnell Versionen für alle, die keine Zeit, keine Lust haben, sich mit den Details zu beschäftigen. In der Videobeschreibung findet ihr alle notwendigen Links. Das heißt, da gibt es einen Link für die Datei, für die Vorlage, die man da nutzen kann und die aus meiner Sicht sehr gut und vorbildlich geschrieben ist. Öffne die Vorlage in Word, in OpenOffice, in Google Doc, wo auch immer. Aktualisiert gegebenenfalls auf Seite 1 das Datum kurz und fügt auf der letzten Seite eventuell euren Namen ein, wenn ihr das wollt. Ihr könnt es auch anonym anreichen, aber natürlich finde ich es persönlich besser, wenn man wirklich seinen vollen Namen nutzt. Aber seid euch bitte bewusst. Diese Kommentare werden veröffentlicht und euer Name ist dann auch öffentlich einsehbar. Den Namen findet ihr auf der letzten Seite, diesen Abschnitt, wo man das Ganze ändern kann. Im Idealfall speichert ihr die Datei dann als PDF ab, um sie dann an die E-Mail anzuhängen. Aber es geht auch, wenn ihr es aus technischen Gründen nicht hinbekommt oder so, oder es nicht funktioniert, dann wäre es auch als Word- oder als .doc-Datei eben entsprechend möglich. Die Datei an der E-Mail ranhängen und an rule-comments.sec.gov anhängen und mit dem richtigen Betreff, bitte da auch nochmal kurz in die Videobeschreibung reingucken, abschicken, damit die SEC das gleich zielgerichtet zuordnen kann. Und damit wäre der dann eigentlich schon durch. Ich glaube, so der Gesamtaufwand, je nachdem wie schnell ihr seid, zwei bis fünf Minuten, so ungefähr, ich denke, die Zeit kann und sollte sich jeder nehmen, der ein bisschen was für diese Themen übrig hat. Dieser ganze Vorschlag zur Regelung hat mehrere Dutzend Seiten und wir brauchen die definitiv nicht im Detail durchgehen, aber wir sollten natürlich ganz grob verstehen, um was es geht. Ihr kennt auch sicherlich diese 13F-Filings, die bei der SEC eingereicht werden müssen, von institutionellen Anlegern, bei denen die ihre Aktienposition offenlegen, also ihre Long-Position. Denn in Bezug auf die Short-Position sehen wir lediglich die Put-Optionen, von denen wir nicht wirklich viel schließen können und teilweise gibt es dann noch freiwillige Meldungen in Form von Leerverkäufen, aber mal allein zum Vergleich, es gibt da 16 Meldungen von ETFs bzw. Fonds, die Short-Position haben und melden und bei den restlichen 560 Filings werden solche Positionen eben nicht aufgeführt. Das würde sich mit dieser Regelung 13F-2 dann entsprechend ändern. Das heißt, die Institutionen werden verpflichtet, Daten über Leerverkäufe zu sammeln und monatlich an die SEC zu übermitteln und die SEC würde dann zusammengefasste Daten über große Leerverkaufspositionen, also einschließlich täglicher Leerverkaufsdaten, für jede Aktie zur Verfügung stellen. Die Institutionellen müssen innerhalb von 14 Kalendertagen nach Ende eines jeden Kalendermonats ein Filing über Short-Position einreichen, zumindest sobald ein bestimmter Schwellenwert überschritten wird. Und, nice to know oder fun fact, eine ähnliche Regelung gab es bereits vom Oktober 2008 bis einschließlich Juli 2009. Im Zuge der damaligen Finanzkrise mussten auch damals die Short-Positionen sogar auf Wochenbasis gemeldet werden. Also das heißt, es geht, es ist technisch möglich, der Aufwand ist anscheinend auch absehbar, denn damals hatten wir auch gar nicht so eine lange Vorlaufzeit oder Ähnliches. Das heißt, es musste ja relativ ad hoc geschehen und hat auch offenbar funktioniert. Also von daher ist die technische Seite oder die logistische Seite keine im Schuh. Und bei dieser Regeländerung fällt positiv, also so sehe ich zumindest auf, dass bereits unter Ziffer Römisch 1, also in der Einleitung und daher recht prominent, die SEC darauf hinweist, dass Short-Selling einerseits mehr oder weniger gerechtfertigt und notwendig sein kann. Ich denke, das erkennen auch viele von uns an. Aber ebenso wird thematisiert, dass es dazu genutzt werden kann, um den Kurs einer Aktie nach unten zu treiben, einen Kurs zu Verfall zu beschleunigen und dass damit auch Aktienkurse manipuliert werden können. Also genau die Themen, mit denen wir uns schon seit Monaten oder Jahren beschäftigen. Und die gut informierten Zuschauer oder Leser wissen eigentlich auch, wer hinter Weed Investors steht oder kennen ihn dann auch schon aus der Vergangenheit heraus. Denn man hat den Namen Dave Flower vielleicht schon mal gelesen. Er bringt immer wieder sehr aufschlussreiche Twitter-Beiträge oder er war auch schon in der GameStop-Dokumentation oder Dokumentationen zu sehen. Genauso ist er auf Reddit angemeldet und agiert da auch mit der GameStop-Community und versucht da seinen Teil dazu beizutragen. So die vielleicht für uns interessanteste Station aus seinem Lebenslauf ist, dass er mal für ein paar Monate, also das war jetzt wirklich nicht so lang, ich glaube 8 oder 10 Monate, war er mal bei Citadel beschäftigt. Das heißt, er kommt auch so ein bisschen aus der Finanz oder teilweise auch Datenbranche und beschäftigt sich mit den Themen, um die es uns auch geht, schon seit einiger Zeit. Und Weed Investors ist eine von ihm gegründete Graswurzelbewegung. Und um zu verstehen, worum es bei Weed Investors geht, lesen wir uns einfach mal kurz die Selbstbeschreibung übersetzt auf Deutsch durch. Weed Investors sagt über sich selber, wir sind eine unabhängige Gruppe von Einzelanlegern oder Kleinanleger, die von führenden Vertretern der Branche unterstützt wird und sich für einen Wandel in der Struktur unserer Finanzmärkte einsetzt. Wir wollen Transparenz, Einfachheit und Fairness, Wahlmöglichkeiten und Kontrolle, bestmögliche Ausführung sowie bessere Abrechnung bzw. Settlement eigentlich und Clearing. Und jetzt geht es dann natürlich um die Vorlage. Was steht da überhaupt drin? Und bitte lest es euch auch selber durch, dass ihr wisst, was ihr da euren Namen hergebt. Ich habe es mir mehrfach durchgelesen. Ich sehe jetzt keinen Punkt, an dem ich jetzt widersprechen würde, wo ich sage, oh fu, ist aber nicht so schön oder so was. Also ich unterstütze dieses Anliegen voll und ganz. Und daher möchte ich euch eine kurze Zusammenfassung zumindest geben, um was es in dieser Vorlage geht. Es geht daran, dass die Meldung für Short-Positionen angelehnt an die Meldung von Long-Positionen wird. Also diese 13F-Filings, was wir vorhin schon beschrieben haben. Gegebenenfalls auch eine Anpassung an die recht hohen europäischen Standards, denn die ESMA, also das Gegenstück zur SEC sozusagen für Europa, ist in dem ganzen Feld einfach doch deutlich weiter. Und da wird eben auch vorgeschlagen, dass man ja diese Standards dann auf die Welt beziehen kann oder einfach internationalisieren kann, damit man jetzt nicht in den USA den Standard A einhalten muss und in Europa den Standard B und in Asien mit dem Standard C, sondern einfach, dass eben diese Märkte auf ein einheitliches Level in dieser Geschichte von Offenlegung von Positionen kommt. Zudem, was auch ganz wichtig ist aus meiner Sicht, ist die Berücksichtigung von derivativen Short-Positionen, also zum Beispiel Swaps, so wie auch bei Archegos, wo Swaps einfach genutzt wurden, um die eigene Position zu verschleiern oder auch hebeln zu können. Zudem wird in der Vorlage darauf eingegangen, dass es auch so Ausnahmen bei der Kennzeichnung von abgesicherten Positionen, also wenn die gehedged sind, dass dann angegeben werden kann, dass eine Short-Position zum Beispiel abgesichert ist. Und da wird dann darauf eingegangen, dass es dann ersichtlich sein soll, wie hoch diese Position abgesichert ist. Weil wenn ich nur 0,1% absichere, meine Position gilt ja als teilweise abgesichert eventuell. Und dann erkennt man vielleicht gar nicht die Tragweite, die dahinter steht. Und hier würde dann eben der Vorschlag lauten, dass man erkennt, zu wie viel Prozent diese Position abgesichert ist. Ganz oberflächlich gesagt. Zudem wird nochmal darum gebeten, dass auch ETFs darin einbezogen werden, denn es gibt eben auch einen mega stark geschorteten ETF, der insbesondere bei GameStop immer wieder Beachtung findet. Zudem wird auch nochmal darauf eingegangen, das ist jetzt nicht unbedingt mit dieser 13 F2-Regel verbunden, aber dass die Bonafide Market-Making, das ja auch schon länger mein Thema ist, dass diese Ausnahme gestrichen werden soll, damit da eben nicht ein Schindluder betrieben werden kann. Wie schon erwähnt, in der Videobeschreibung stelle ich alle Links und alle Infos nochmal kurz und knapp und hoffentlich einigermaßen übersichtlich zusammen. Da findet ihr alles, was ihr braucht, inklusive der E-Mail-Adresse, den Links zu den Vorlagen, die richtige Betreffzeile, die in der E-Mail stehen sollte, um die Zurordnung zu gewährleisten. Und ihr braucht auch nicht unbedingt ein Programm. Ihr könnt Google dazu nutzen, um das zu öffnen, also das Google Docs. Ihr könnt Word benutzen, ihr könnt OpenOffice benutzen, um diese Vorlage zu öffnen und zu bearbeiten. Und das Ganze geht wirklich mega schnell. Ihr müsst einfach nur kurz hier gegebenenfalls dieses Datum anpassen, dann euren Namen mit reinschreiben, wenn ihr das wollt. Aber Achtung, alle Kommentare inklusive Namen werden dann veröffentlicht, denn die SEC ist auch dazu gesetzlich verpflichtet, alle eingehenden Kommentare zu sichten, zu beachten und sich im Regelfall auch durchzulesen, wenn man so nimmt. Natürlich ist es schön, wenn man noch ein paar individuelle Worte mit reinbringt, dass es nicht nur dieser Standardtext ist, aber der Standardtext ist vollkommen ausreichend. Also versteht es nicht falsch, wer das Englische gut mächtig ist oder ein gutes Übersetzungsprogramm hat und, jetzt wichtig, zielgerichtet persönliche Einwürfe zu dieser speziellen Thematik, um die es in dieser Regelung geht, einbringen kann und möchte, kann dies gerne tun. Dann wird das Ganze vielleicht nochmal ein bisschen separat gehandhabt. Ansonsten wird eben einfach zusammengefasst und das heißt dann zum Beispiel, dass wir 500 Kommentare erhalten haben, die diese und jene Forderung unterstützen. Es ist eigentlich gehopft wie gesprungen. Hauptsache es tut sich was und wie gesagt, schreibt gerne dazu, dass ihr aus Deutschland kommt und German Retailer seid. Ich denke, das macht dann vielleicht auch nochmal so einen Eindruck, wenn wirklich weltweit diese Kommentare eingehen sollten. Ihr könnt auch gerne anonym bleiben, wie gesagt gar kein Thema. Und, ja, dann seid ihr eigentlich dann auch schon fertig mit den Änderungen. Datum, Name, fertig. In erwähnten Textbearbeitungsprogrammen, also Word, OpenOffice, Google Docs, könnt ihr immer auch die Datei schon als PDF abspeichern. Hier links habe ich Word aufgeführt, hier in der Mitte ist das Beispiel, wie man es bei OpenOffice macht und hier wird dann das Beispiel, wie so eine Datei dann bei Google Docs als PDF abgespeichert wird. Das wäre die Idealform. Wenn es bei euch nicht geht, ihr keine Zeit, keine Lust oder kein Know-how habt, gar nicht stimmt, dann hängt die Datei im Original als .doc-Datei oder was auch immer dieser E-Mail an. Wie erwähnt, die E-Mail-Adresse findet ihr in der Videobeschreibung. Dann auch die E-Mail mit der richtigen Betreffzeile versehen, damit die SEC das Ganze zuordnen kann, siehe Videobeschreibung. Und fertig ist die Laube. Wenig Aufwand, wenig Zeit, aber hoffentlich ein großer Impact bei der SEC, wenn Sie sehen, da stehen ganz viele einzelne Personen hinter dieser Geschichte, auch weltweit. Es betrifft nicht nur die USA, sondern diese Wünsche nach Änderung, nach Transparenz bestehen bei ganz vielen Personen und haben dann hoffentlich diesen Impact, den wir uns wünschen. Und schließen möchte ich dieses Video einmal mit einem Riesendank an euch, an alle, die sich jetzt an dieser Aktion beteiligen und da ihre Kommentare einreichen. Finde ich toll, wenn ihr das macht und euch diese Zeit nehmt und eben auch diese Änderung wollt, die Märkte zu verändern. Dass es nicht nur darum geht, 2,30 Euro Profit zu machen irgendwie, sondern dass wir eben wirklich vielleicht auch nach AMC oder nach GameStop noch bei diesen Themen bleiben, um die Märkte nachhaltig zu verändern. und zudem möchte ich schließen mit einem Zitat. Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere packt sie kräftig an und handelt. Danke euch.